Ein wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Heute ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Episode des Lesedusche-Podcasts. Und heute feiern wir mal ein ganz besonderes Ereignis. Wir reisen mal nicht in die Tiefe, sondern in die Höhe. Das ist wohl richtig, genau. Und zwar ist der Tag entscheidend. Wir haben den heutigen Tag, den 23. Juni, ausgesucht und einfach mal geschaut, in der Vergangenheit gab es irgendein Jahr, in dem am 23. Juni etwas Interessantes passiert ist. Und wir haben tatsächlich etwas gefunden. Genau so ist es. Wir sind zurückgereist bis ins Jahr 1802. Und bevor wir auf das Ereignis eingehen, unterrichtet euch eine interessante Quelle, rückblickend über das, was da passiert ist. Hören wir mal rein. Ich habe mir mein Leben lang etwas darauf eingebildet, unter den Sterblichen derjenige zu sein, der am höchsten in der Welt gestiegen ist. Ich meine am Abhang eines Berges, am Abhang des Chimborazo. Wie lange haben die Menschen gestaunt über die Höhe der Cordilleren, die ihnen von La Condamine und den anderen peruanischen Gratmessern bekannt gemacht worden war. Und ich habe dieses Staunen geteilt und bin stolz gewesen auf meine Aszension. Mit einem gewissen Gefühl von Neid habe ich darum auf die Enthüllungen geblickt, welche von Webb und seinen Konsorten von den Bergen in Indien gegeben, von deren kolossalen Erhebung man zwar eine Ahnung und Vermutungen hatte, nicht aber beglaubigte, durch Messungen konstatierte Tatsachen. Ich habe mich über die Riesen des Himalaya beruhigt, weil ich glaube, annehmen zu dürfen, dass meine Arbeiten in Amerika den Engländern den ersten Impuls gegeben, sich etwas mehr um die Schneeberge zu bekümmern. Ich habe mir gesagt, die Andesketten von Quito bleiben doch in ihrem Recht für die neue Welt, in ihr das höchste Gebirg zu sein. Und auf ihm der Chimborazo der erhabenste Scheitel. Und damit habe ich das neidische Gefühl, welches mir die indische Gebirgswelt eingeflößt, zu beschwichtigen gesucht. Ja, das ist ja ganz sympathisch, wie da der Schreiber seinen Ärger, seinen Frust da sich selbst wegerklärt. Ist niedlich irgendwie. Ja, den Frust, worüber denn genau? Klär uns doch mal auf, Dig. Ja, genau. Also erstmal dieser Text entstammt einem Brief, den Alexander von Humboldt, der berühmte Naturwissenschaftler, an einen später auch sehr berühmten Kartografen schrieb, Heinrich Berghaus. Der Brief stammt vom November 1828. Und er berichtet dort, er erinnert sich darin an seinen sehr berühmten Aufstieg auf einen sehr hohen Berg in Südamerika, genauer gesagt in Ecuador. Und der galt zu seiner Zeit, als das passierte, nämlich am 23. Juni 1802, galt dieser Berg als höchster Berg der Welt. Ja, bis dann andere Menschen höher gestiegen sind, hat das auch irgendwie, glaube ich, fast 30 Jahre, ja, kommt ja dann etwa hin, gedauert. War er tatsächlich der Mensch, der mit dem Chimborazo den höchsten Berg mit menschlicher Kraft bestiegen hatte? Ja, nicht ganz, muss man dazu sagen. Dieser Berg, um das ganz kurz einzuordnen, ist nach heutigem messtechnischen Wissensstand 6263 Meter hoch. Also schon hoch, aber im Vergleich zum Himalaya, worüber er sich ja so ärgert, da fehlen nochmal gute 2000 Meter. Er selbst ist aber mit seinen Begleitern nicht ganz nach oben gekommen. Da gab es leider eine Barriere, da kamen die nicht vorbei. Man schätzt heute, dass da noch 500, 600 Meter fehlten. Ja, das ist natürlich bitter, also nach den Strapazen, die man sich da zugemutet hat. Und ja, bekannt ist Alexander von Humboldt, vielleicht vielen von euch auch, deswegen holen wir da gar nicht so weit aus, von dem sehr erfolgreichen Roman Daniel Kehlmanns, Die Vermessung der Welt. Da wird ja unter anderem auch eben genau diese Bestreigung und seine Forschung in Südamerika sehr genau beschrieben. Auch da kriegt man einen sehr guten Eindruck davon, wie übermenschlich die Strapazen waren, die er durchlitten hat für seine Forschung. Ja, diese Reise, die er da durchgeführt hat, das ist ja Bestandteil einer Südamerika-Expedition, die längere Zeit dauerte, von 1799 bis 1804. Und die hat er tatsächlich als Privatmann durchgeführt, auf der Basis seines Erbes, was er nach dem Tod seiner Mutter ausgezahlt bekommen hat und finanziert das alles alleine. Reist dort erstmal nach Venezuela, ist im Nordosten Südamerikas unterwegs, das ist ein ganz berühmter Teil, die Orinoco-Reise, wo er dann, du hast es eben so vorsichtig angedeutet, das muss wirklich auch sehr anstrengend gewesen sein. Also die fahren da, ja, wochenlang sind die unterwegs da im Dschungel, werden gequält von tausenden von Insekten, anderen Tieren, Flöhe, weiß ich nicht, Zitterahle spielen auch eine Rolle. Freuen sich aber noch über jedes dieser Geschöpfe, weil sie das ja alles dann verarbeiten können, also eher mit seinem, auch noch zu erwähnen, mit seinem Gefährten Bon Blanc, der vornehmlich ja auch für Pflanzen und Ähnliches zuständig ist auf der Reise. Richtig, die haben eine Arbeitsteilung. Alexander von Humboldt selbst kümmert sich mehr um Vermessungen, Experimente, physikalisch würde man heute sagen. Geografie. Ja, und das war Wahnsinn, das war der erste Teil dieser großen Reise, dann haben sie sich mal kurz ein bisschen erholt auf Kuba und dann im zweiten Teil der Reise sind sie ins nordwestliche Südamerika über Kolumbien gereist und dann sind wir jetzt dort angelangt in Ecuador. Sie hatten vorher schon einen anderen hohen Berg, den hat er alleine geschafft, weil Bon Blanc hatte einen Ohnmachtsanfall. Diesmal schaffen sie es zusammen, haben noch einen dritten Begleiter, Carlos Montufer, der auch dann in diesem ganzen politischen Geschehen eine Rolle spielt, später in Südamerika. Und das ist alles ja sehr kräftezehrend und lohnt sich aber trotzdem. Er schafft es wirklich, fährt dann zurück 1804, er lebte schon vor der Reise in Paris, bekommt dann auch von Napoleon, das ist ja gerade die große Zeit Napoleons, bekommt ja auch eine Art Gehalt und kommt zurück mit, man schätzt es, ich habe gelesen, 60.000 Artefakte, das schafft er irgendwie dann tatsächlich heil dahin zu bekommen. Man stelle sich vor, mit diesen Maultieren, die ja auch immer wieder erwähnt werden, muss er das ja auch alles schleppen, verpacken, einschiffeln, ist ja dann schon das leichteste. Schlepp das mal durch das ganze Land. Natürlich. Also er hat das auch gut organisiert. Diese Rücksendung musste ja immer funktionieren, dass immer alle Funde, die er so auf den Etappen hatte, die mussten ja rechtzeitig gepackt werden, verzeichnet werden und dann irgendwo gesammelt werden, damit sie dann zum Ende hin per Schiff nach Frankreich zurückkommen. Also ein wahnsinniges Unterfangen, jedenfalls hat er, um das abzuschließen, diese kleine Episode in seinem Leben, er hat ja sehr viel mehr noch gemacht, ist ein Drittel des Vermögens schätzungsweise weg. Ja, aber dafür auch eine Menge an Ruhm hinzugekommen. Und er ist tatsächlich sehr berühmt. Goethe hat ihn sehr geschätzt und das ist ja nicht so oft gewesen, dass Goethe jemand wirklich mal interessant fand. Er war ja auch ein leidenschaftlicher Sammler. Schiller fand ihn nicht so gut, der mochte eher den Bruder Wilhelm von Humboldt und Alexander von Humboldt ist dann ab 1827 in Preußen in Berlin, wo er eigentlich auch herkommt und ist dort eine ganz wichtige Figur im ganzen Wissenschaftsbetrieb, ist jemand, der fördert ganz viele Wissenschaftler. Das ist egal, ob das Ägyptologen sind oder dieser Kartograf, Physiker, also verschiedenste junge Naturwissenschaftler verdanken ihm Inspiration, Förderung und er wird auch sehr alt. Er wird tatsächlich trotz dieser Strapazen 90 Jahre oder fast 90 Jahre alt. Ja, fast 90 Jahre alt und tatsächlich, also das habe ich auch gelesen, dass er auch gefördert hat. Also es wurde ihm ja häufiger mal vorgeworfen, seine Arroganz und sein absoluter Wille, eben der Beste zu sein in den Dingen. Aber ich meine, das ist das Minimum an Kraft, die er haben musste, um diese Dinge überhaupt in Angriff zu nehmen. Also fand ich sehr faszinierend. Das hat er immer mit im Auge gehabt. Also er hat eine sehr große Liebe zur Natur, aber auch zum Menschen. Und das ist ein schöner Übergang zu unserem großen Part. Wir machen das heute ein bisschen anders, weil das so spannend ist. Haben wir gesagt, wir machen diesmal mehr queren. Wir wollen euch diese Reisebeschreibung nicht vorenthalten. Die kommt jetzt direkt im Anschluss. Es ist sehr umfangreich das Ganze. Wir haben ein wenig kondensiert auf die wirklich interessantesten, spannendsten Szenen, haben so diese ganzen Messungen, die zwischendurch passiert. Das haben wir mal rausgelassen und hoffen, dass ihr das auch so spannend findet. Also bleibt doch bitte dran und feiert mit uns diesen 23. Juni. Genau. Bleibt uns gewogen. In der nächsten Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. Das, was unerreichbar scheint, hat eine geheimnisvolle Ziehkraft. Man will, dass alles erspäht, dass wenigstens versucht werde, was nicht errungen werden kann. Der Schimborazo ist der ermüdende Gegenstand aller Fragen gewesen, welche seit meiner ersten Rückkunft nach Europa an mich gerichtet wurden. Ich werde hier, dem noch ungedruckten Teile meiner Tagebücher, die einfache Erzählung einer Bergreise entlehnen. Wir genossen mehrere Tage lang auf der mit Bimsstein bedeckten Ebene, in welcher man nach dem furchtbaren Erdbeben vom 4. Februar 1797 die neue Stadt Riobamba zu gründen anfing, eine herrlichen Ansicht des Glocken- oder domförmigen Gipfels des Chimborazo, bei dem heitersten, eine trigonometrische Messung begünstigenden Wetter. Durch ein großes Fernrohr hatten wir den noch 15.700 Täusen entfernten Schneemantel des Berges durchforscht und mehrere ganz vegetationsleere Felsgrate entdeckt, die, wie schmale schwarze Streifen aus dem ewigen Schnee hervorragend, dem Gipfel zuliefen und uns einige Hoffnung gaben, dass man auf ihnen in der Schneeregion festen Fuß würde fassen können. Wir versuchten, den Berg von der süd-südöstlichen Seite zu ersteigen. Und die Indianer, welche uns zu Führern dienen sollten, von denen aber nur wenige je bis zur Grenze des ewigen Schnees gelangt waren, gaben dieser Richtung des Weges ebenfalls den Vorzug. Wir fanden den Chimborazo mit großen Ebenen, die stufenweise übereinander liegen, umgeben. Ich hatte den Sextanten und andere Messinstrumente vergeblich mitgenommen. Der Gipfel des Chimborazo blieb in dichten Nebel gehüllt. Aus der Hochebene von Siskun steigt man ziemlich steil bis zu einem kleinen Alpensee, Laguna de Janacocha, an. Bis dahin war ich auf dem Maultiere geblieben und nur von Zeit zu Zeit abgestiegen, um mit meinem Reisegefährten Herrn Bonpland Pflanzen zu sammeln. Meine Begleiter Bonpland und Carlos Montoufar ritten noch bis zur perpetuierlichen Schneegrenze, das ist bis zur Höhe des Montblanc. Dort blieben unsere Pferde und Maultiere stehen, um uns bis zur Rückkunft zu erwarten. 900 Fuß über dem kleinen Wasserbecken Janacocha sahen wir endlich anstehendes, nacktes Gestein. Große Felsmauern, von Nordost nach Südwest streichend, zum Teil in unförmliche Säulen gespalten, erhoben sich aus der ewigen Schneedecke ein bräunlich-schwarzes Augitgestein, glänzend wie Pechstein-Porphyr. Eine Gruppe stand einzeln und erinnerte in der Ferne fast an Masten und Baumstämme. Die steilen Mauern führten uns durch die Schneeregion zu einem gegen den Gipfel gerichteten schmalen Grat, einem Felskamm, der es uns allein möglich machte, vorzudringen. Denn der Schnee war damals so weich, dass man fast nicht wagen konnte, seine Oberfläche zu betreten. Der Pfad wurde immer schmaler und steiler. Die Eingeborenen verließen uns alle bis auf einen in der Höhe von 15.600 Fuß. Alle Bitten und Drohungen waren vergeblich. Wir blieben allein. Bonpland, unser liebenswürdiger Freund Carlos Montufar, der in dem späteren Freiheitskampfe auf General Morillos Befehl erschossen wurde. Ein Mestize aus dem nahen Dorfe San Juan und ich. Wir gelangten mit großer Anstrengung und Geduld höher, als wir hoffen durften, da wir meist ganz in Nebel gehüllt blieben. Der Felskamm, im spanischen sehr bedeutsamen Cuchilla, gleichsam Messerrücken genannt, hatte oft nur die Breite von 8 bis 10 Zoll. Zur linken war der Absturz mit Schnee bedeckt, dessen Oberfläche durch Frost wie verglast erschien. Die dünneisige Spiegelfläche hatte gegen 30 Grad Neigung. Zur rechten senkte sich unser Blick schaurig in einen 800 oder 1000 Fuß tiefen Abgrund, aus dem schneelose Felsmassen senkrecht hervorragten. Wir hielten den Körper immer mehr nach dieser Seite hingeneigt, denn der Absturz zur linken schien noch gefahrdrohender, weil sich dort keine Gelegenheit darbot, sich mit den Händen an zackig vorstehendem Gesteine festzuhalten und weil dazu die dünne Eisrinde nicht vor dem Untersinken im lockeren Schnee sicherte. An einzelnen, sehr steilen Staffeln musste man die Hände und Füße zugleich anwenden, wie dies bei allen Alpenreisen so gewöhnlich ist. Da das Gestein sehr scharfkantig war, so wurden wir, besonders an den Händen, schmerzhaft verletzt. Wir schritten hintereinander und umso langsamer fort, als man die Stellen prüfen musste, die unsicher schienen. Glücklicherweise war der Versuch, den Gipfel des Chimborazo zu erreichen, die letzte unserer Bergreisen in Südamerika. Daher die früher gesammelten Erfahrungen uns leiten und mehr Zuversicht auf unsere Kräfte geben konnten. Wir waren erst 17.300 Fuß hoch, also kaum 200 Fuß höher, als wir drei Monate zuvor einen ähnlichen Kamm erklimmend auf dem Antisana gewesen waren. Nach einer Stunde vorsichtigen Klimmens wurde der Felskamm weniger steil, aber leider blieb der Nebel gleich dick. Wir fingen nun nach und nach an, alle an großer Übelkeit zu leiden. Der Drang zum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger als die Schwierigkeit zu atmen. Ein farbiger Mensch, Mestize aus San Juan, hatte uns bloß aus Gutmütigkeit, keineswegs aber in eigennütziger Absicht, nicht verlassen wollen. Es war ein kräftiger, armer Landmann, der mehr litt als wir. Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen. Die Bindehaut der Augen war bei allen ebenfalls mit Blut unterlaufen. Die Nebelschichten, welche uns hinderten, entfernte Gegenstände zu sehen, schienen plötzlich, trotz der totalen Windstille, vielleicht durch elektrische Prozesse zu zerreißen. Wir erkannten einmal wieder, und zwar ganz nahe, den domförmigen Gipfel des Chimborazo. Es war ein ernster, großartiger Anblick. Die Hoffnung, diesen ersehnten Gipfel zu erreichen, belebte unsere Kräfte aufs Neue. Der Felskamm, welcher nur hier und da mit dünnen Schneeflocken bedeckt war, wurde etwas breiter. Wir eilten sicheren Schrittes vorwärts, als auf einmal eine Art Talschlucht von etwa 400 Fuß Tiefe und 60 Fuß Durchmesser unserem Unternehmen eine unübersteigliche Grenze setzte. Wir sahen deutlich jenseits des Abgrundes unseren Felskamm in derselben Richtung fortsetzen. Doch zweifle ich, dass er bis zum Gipfel selbst führt. Die Kluft war nicht zu umgehen. Es war ein Uhr mittags. Die Temperatur der Luft war nun 1,6 Grad unter dem Gefrierpunkt. Aber nach einem mehrjährigen Aufenthalt in den heißesten Gegenden der Tropenwelt schien uns diese geringe Kälte erstarrend. Dazu waren unsere Stiefel ganz von Schneewasser durchzogen, denn der Sand, der bisweilen den Grad bedeckte, war mit altem Schnee vermengt. Wir blieben kurze Zeit in dieser traurigen Einöde, bald wieder ganz in Nebel gehüllt. Die feuchte Luft war dabei unbewegt. Wir sahen nicht mehr den Gipfel des Chimborasso, keinen der benachbarten Schneeberge, noch weniger die Hochebene von Doito. Wir waren wie in einem Luftballon isoliert. Nur einige Steinflechten waren uns bis über die Grenze des ewigen Schnees gefolgt. Ein Schmetterling war von Herrn Bonpland in 15.000 Fuß Höhe gefangen worden. Eine Fliege sahen wir noch um 1.600 Fuß Höhe. Da das Wetter immer trüber und trüber wurde, so eilten wir auf demselben Felsgrate herab, der unser Aufsteigen begünstigt hatte. Vorsicht war indeswegen Unsicherheit des Trittes noch mehr nötig als im Heraufklimmen. Wir hielten uns nur so lange auf, als wir brauchten, Fragmente der Gebirgsart zu sammeln. Wir sahen voraus, dass man uns in Europa oft um ein kleines Stück vom Chimborasso ansprechen würde. Als wir ungefähr in 17.400 Fuß Höhe waren, fing es an, heftig zu hageln. 20 Minuten, ehe wir die untere Grenze des ewigen Schnees erreichten, wurde der Hagel durch Schnee ersetzt. Die Flocken waren so dicht, dass der Schnee bald viele Zoll tief den Felskamm bedeckte. Wir wären gewiss in große Gefahr gekommen, hätte uns der Schnee auf 18.000 Fuß Höhe überrascht. Um zwei Uhr und einige Minuten erreichten wir den Punkt, wo unsere Maultiere standen. Die zurückgebliebenen Eingeborenen waren mehr als nötig um uns besorgt gewesen. Der Teil unserer Expedition oberhalb des ewigen Schnees hatte nur dreieinhalb Stunden gedauert, während welcher wir trotz der Luftverdünnung nie durch Niedersitzen uns auszuruhen brauchten. Schon um fünf Uhr abends waren wir wieder bei dem freundlichen Pfarrer von Kalpi. Wie gewöhnlich folgte auf den nebelverhüllten Tag der Expedition die heiterste Witterung. Am 25. Junius erschien uns in Rio Bamba Nuevo der Chimborasso in seiner ganzen Pracht. Ich möchte sagen, in der stillen Größe und Hoheit, die der Naturcharakter der tropischen Landschaft ist. Drei Tage nach unserer Expedition hörten wir in dem neuen Rio Bamba um ein Uhr nachts ein wütiges unterirdisches Krachen, Bramido, das von keiner Erschütterung begleitet war. Erst drei Stunden später erfolgte ein heftiges Erdbeben ohne vorhergehendes Geräusch. Ähnliche Bramidos, alle, wie man glaubt, vom Chimborasso kommend, wurden wenige Tage vorher in Kalpi vernommen. Dem Bergkoloss noch näher im Dorfe San Juan sind sie am häufigsten. Solch ein unterirdisches Krachen erregt die Aufmerksamkeit der Eingeborenen nicht mehr, als es ein ferner Donner tut aus tief bewölktem Himmel in unserer nordischen Zone. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens